Liebe Buchhändlerinnen und Buchhändler, mein Name ist Klaus-Peter Wolf. Ich bin der Autor, den Sie gemacht haben. Den großen Erfolg der Bücher und Hörbücher verdanke ich Ihnen. Ich weiß das. Sie haben Büchertische gemacht, Schaufenster gemacht, Ihre Kunden bestens beraten. Danke dafür. Ich bin gerade im Studio. Wir haben Ostfriesen Hölle jetzt aufgenommen. Wie immer lese ich es selber ein. Es wird ja immer eine gekürzte und eine ungekürzte Fassung geben. Diesmal haben wir uns entschieden, das gleichzeitig herauszubringen. Die gekürzte Fassung sind vier CDs. Die Langfassung, die ungekürzte Fassung, das sind MP3-CDs. Die funktionieren praktisch auch in jedem CD-Spieler, wenn er nicht 50 Jahre alt ist. Das sollte also kein Problem sein. Viel Erfolg damit! Vielen Dank!